Ja, es gehört viel Arbeit dazu, um in der Beauty-Branche erfolgreich zu werden. Aber soll ich dir mal etwas verraten? Ich würde es einfach immer wieder tun. Das ist nicht so einfach, einen Laden zu eröffnen oder eine Firma zu gründen. Es ist wirklich, wie als würde man ein Kind erziehen. Es braucht vor allem die Selbständigkeit, viel Pflege und Aufmerksamkeit. Und du hast natürlich, wie bei allem im Leben, Höhen und Tiefen. Ich weiß noch, als ich meine erste Schulung gemacht habe als Wimpern-Stylistin war das, genau dieses Gefühl, das werde ich einfach niemals vergessen. Ich war so motiviert und zuversichtlich und vor allem habe ich mich auf meinen neuen Lebensabschnitt unglaublich gefreut. Klar, wenn man natürlich neue Dinge ausprobiert, du weißt einfach nicht, was überhaupt auf dich zukommt. Und natürlich hatte ich Sorgen. Klappt das denn überhaupt alles, wie ich mir das überhaupt vorgestellt habe? Rückblickend kann ich sagen, ich bin unglaublich froh darüber, über alle Erfahrungen, die ich gemacht habe und alle besonderen Menschen, die ich kennenlernen durfte auf meiner Reise in der Beauty-Branche. Das Wichtigste jedoch ist in meinem Kopf, all mein Wissen über die Beauty-Branche, meine Erfahrung. Ich habe wortwörtlich die Beauty-Branche studiert. Ich weiß, worauf es ankommt. Selbst wenn du mir alles wegnehmen würdest, so würde ich in kürzer Zeit auf die Beine kommen in der Beauty-Branche. Und genau das, das gibt mir das Gefühl von Freiheit und Sicherheit. All das versuche ich in meinen Schulungen, in meinen Trainings selbstverständlich mitzugeben, egal ob es die Wimpernverlängerung ist, das Permanent Make-up oder das Microblading. Und ganz ehrlich, wer weiß, was in Zukunft noch alles dazukommt. Ich hätte mir ehrlich gesagt damals selbst gewünscht, dass jemand genau solch eine Schulung anbietet, so wie ich es heute selbst tue. Wie bei allem ist der Start am schwierigsten, vor allem sich durchzuringen, die Familie zu überzeugen. Aber wenn du genau das geschafft hast, ist das ein gutes Zeichen. Denn das zeigt, dass du über Charakterstärke verfügst, dass du nicht bei jeder Kleinigkeit zusammenbrichst, sondern dass du in der Lage bist, auch etwas durchzuziehen. Und was viele nicht wissen. Du kannst dein komplettes Leben umkrempeln. Und das in zwei, maximal drei Jahren. Und dass du endlich das machen kannst, was dir wirklich Spaß macht. Wenn das gegeben ist, vertraue mir. Der Rest, der kommt von ganz alleine. Ach ja, wenn du dich für eine Schulung interessierst und einen genauen Schritt-für-Schritt-Fahrtplan benötigst und wissen möchtest, wie du in der Beauty-Branche startest. Mit vor allem System und einem ganz klaren Fahrplan. Weißt du was? Dann meldest du dich bei mir und ich werde dir genauestens zeigen, wie du all das ebenfalls erreichen kannst. Ich freue mich auf dich. Deine Burcu.